Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zurück, liebe Leute, zu Dorfromantik. Es geht weiter in die nächste Staffel. Wir starten ein neues Spiel. Beim letzten Mal hatten wir 7.950 Punkte. Highscore liegt bei uns noch bei 11.290, leider nicht aufgelaufen. Aber wir starten einfach wieder ein neues Spiel und hoffen, dass wir noch besser werden. Gleich mal reinschauen. Ohne Umschweife bauen wir uns da einfach mal aus. Nehmen wir ein paar Häuserchen mit. Oder ein paar Felderchen. Ja, da haben wir mehr Häuserchen. Ich glaube, das ist okay, wenn wir das in diese Richtung bauen. Gut, ein Wasser. Früh im Spiel. Wasser. Aber guter Vorteil. Wir können gleich weg. Gleich raus aus der Stadt. Das ist eine schöne Sache. Mhm. Ich glaube, das passt sogar ganz gut, wenn wir das hier machen, weil dann können wir da gleich einen Wasserabschluss machen. Und hauen in diese Richtung ab mit dem Wasser. Felderchen. Felderchen, die uns in alle Richtungen öffnen. Da könnte man noch was mitnehmen. Vielleicht machen wir das. Vielleicht machen wir da eine schöne Kombination aus Feldern und aus anderen Geschichten. Gleiser. Natürlich. Die dürfen auch nicht fehlen. Gerade jetzt kommen gerade ein bisschen ungünstig die Gleiser. Aber ich glaube, die sind immer ungünstig. Ja, ich meine der Vorteil ist, hier haben wir gerade zugebaut. Das heißt, hier hätten wir Platz, um die Gleise starten zu lassen. Ja, machen wir das. Von mir aus. Machen wir das. Machen wir eine schöne Kombination aus Gleisen und Wasser. Schauen wir mal, wie schön die auch wird. All along betrachtet. Wir wollen abbauen. Und sie die Breite irgendwie verbauen. Das wäre eigentlich eine ganz coole Sache. Machen wir das. Häuser. Hier in diese Richtung. Wasser. Nichts wie weg. Quest erledigt. Oh, das ist natürlich schön. Ja, 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 ja. Auch hier abbauen in eine andere Richtung als das Wasser. Wälder. Wo bauen wir die Wälder? Ich habe noch keine Idee. Bei denen habe ich noch weniger Idee als irgendwas. Wo wir die denn hinbauen wollen? Hm. Da ist die eine Stadt, da ist die andere Stadt. Hm. Also, soll alles zusammenführen. Felder da unten hin? Vielleicht? I guess. Oder irgendwo komplett anders hin? Daher vielleicht? Hm. Ach. Leute. Schon am Anfang. Unschlüssig. Wo ich ihn. Wo ich ihn hinbauen möchte. Hm. Ja, kommt darauf. Drauf. Warum auch nicht? Bring. Am Anfang ist es noch so einfach. Ist noch so schön. So könnte es doch immer bleiben, oder? So schön. So schön wie am Anfang. Ach, herrlich. Ah, das gefreut mich. Dieser Anfang. Herrlich. Ja. Dann die beiden Fehler miteinander verbinden. Das ist super. Häuser. Die hätten wir abgeschlossen. Und da müssten wir dann noch eine Verbindung schaffen. Das werden wir beim nächsten Mal schaffen. Jetzt nämlich. Wir haben hier eine Quest mit Feldern. Die wir beim nächsten Mal nicht verbinden können. Wenn ich die so baue, können wir es beim nächsten Mal verbinden. Auch nicht. Da fehlt auch was. Wir haben nämlich als Nächste diese 3er, die aber immer eins dazwischen hat. Das heißt, ich kann keine anliegenden Felder miteinander verbinden. Dadurch. Ja, aber das könnte klappen. Dann darf ich das hier auch nicht bauen. Egal. Ich baue es mal hier her. Nein, das darf ich eben nicht bauen. Und daher. Und hoffe dann auf eine schöne Verbindung hier. Okay. Ein Feld, das uns so überhaupt nicht weiter bringt. Es würde Wald abschließen oder eröffnen, je nachdem in welche Richtung wir da weitermachen wollen mit dem Wald. Oder wollten wir Wald da haben? Hm, man weiß es noch nicht. Man weiß es noch nicht, was den Wald betrifft. Fäder oder Häuser, Fäder oder Häuser, Fäder oder Häuser. Hm, da hätten wir das mal angeschlossen. An und abgeschlossen. Da hätten wir noch ein paar Häuser. Ja, ist auch nicht schlecht. Ja, 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 ja. Ja, da machen wir weiter. Jetzt machen wir hier einen richtigen Speedrun. Ein richtiger Speedrun. Wo sa? Wo sa, wo sa, wo sa? Wo sa, wo sa? Wo sa, wo sa? Könnte hier her passen. Dann hätten wir den einen abgeschlossen hier. Diesen Zweig. Da holen wir ab. Weiteres Wasser. Ja, in die Richtung auf jeden Fall. Mit Wald habe ich überraschenderweise noch überhaupt keinen Plan. Da könnte natürlich auch der Wald starten. Hm, ja. Hm. Ich weiß es nicht. Häuser. Ja. Perfekt hier. Absolut perfekt. So, die kann ich jetzt mal miteinander verbinden. Das kann ich, also, ja, ganz klingt, klingt es mir noch nicht mit verbinden. Das schaffe ich noch nicht ganz. Hm. Das würde ich miteinander verbinden können. Aber diese anderen beiden noch nicht. Okay, das wird klappen. Ja, machen wir das erst mal. Haben wir zwei Quests erledigt. Passt. Okay. White Quest. Eröffnet sich in zwei Richtungen darauf, ja. Glaub ich. Könnte okay sein. I guess. Ich weiß es halt noch nicht, wie sich das wirklich alles ausgeht. Hm, ja, daher. Drei Häuser. Für die Häuser Quest. Warum denn auch nicht? Bring. Zwölf in sich geschlossene. Und das würde jetzt schon scheitern. Aber, ganz okay. Wollen wir dann halt erst mal da her. Alles in der Nähe von dem anderen Gebiet. Wir wollen abhauen mit dem Wasser. Ein Haus. Ja, von mir aus. Ein Feld. Feld und Wälder. Und Häuser. Zwei Häuser. Ein Feld. Lieber nicht. Lieber nicht. Vielleicht eher. Den Wald mitnehmen. Glaube ich. Hm. Den Wald in. In diese Richtung eher. Ja, machen wir es so. Mhm. Das passt gut. Okay. In sich geschlossene. Wasserkreisläufe. Äh, die brauche ich daher. Dann brauche ich hier nur noch eine, einen Übergang zu schaffen. Das sollte mir recht leicht gelingen. Und von da kann ich einfach abhauen. Einfach mich in die Breite setzen. Das ist cool. Okay. Da können wir gar nichts anfangen damit. Sollen wir da als Füller rein. Wasser. Ja, will man irgendwie einen Anschluss schaffen. Aber ich weiß noch nicht so richtig, ob ich das möchte. Also welchen ich möchte. Das heißt, ich lasse das noch. Mhm. Bauen wir mal in die Breite. Drei Felder, die ich alle miteinander verbinden könnte. Und, äh, das machen wir. Dann haben wir da eigentlich mal die Verbindung. Da wollen wir auf jeden Fall abhauen. Da haben wir wieder so ein Füllerfeld. Das wir eigentlich nicht wirklich brauchen können. Mhm. Dann brauchen wir das da her. Da haben wir zwei Häuschen. Häuschen, die aber irgendwie nicht wirklich einen schönen Connect haben. Das kann schnell auch nach hinten losgehen. Machen wir da dann einen Anschluss. Vier Häuser. Oh ja, das ist natürlich nice. Das ist natürlich schön. Mhm. Da brauchen wir nur noch irgendwie dann einen Anschluss. Ich wiederhole mich. Wir brauchen in jedem Fall irgendwie dann einen Anschluss. Egal wie man es dreht oder wendet, der fehlt der Anschluss. So, wenn wir das zum Beispiel hinkriegen, den Anschluss zu schaffen. Nachteil. Wir haben dann nur drei Felder, um das zu erweitern. Ja, aber passt das dann an der in sich geschlossene Quest? Das ist dann ganz okay, wenn da weniger Felder sind. Ja. Ähm. Ja. War es noch nicht so richtig? Vielleicht auch eher nicht. Vielleicht auch eher dazu machen. Ein Nachteil an diesen geöffneten Feldern, die in zwei Richtungen offen sind. Sie können sich halt auch in beide Richtungen connecten und dann vielleicht möchte man gerade keine Verbindung schaffen und dann ist das Feld zu schlecht dafür. Ja, das passt. Das machen wir. Wälder. Häuser. Häuser. In der großen Häuserkette. Der, die wir auf jeden Fall weiterführen wollen. Und Felder. Felder, die in ein paar Richtungen offen sind. Ja. Da machen wir auch weiter. Die Wälder können wir eigentlich wenig brauchen. Machen wir da den Abschluss. Ein Haus. Ach shit. Da kommen vier Häuser. Schon wieder zu viel. Das ist doch schon wieder zu viel. Leuteln. Überall ein Haus. Überall ein Haus dransetzen und die beiden Bereiche abschließen. Wäre eine Idee für ein paar Pünktchen. Ich glaube. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Deswegen kommen die daher. So öffnet, dass wir in die Richtung ausbauen können. Die Häuser. Da haben wir jetzt genau noch eins. Das wollte ich daher setzen, sodass wir da ein bisschen noch was bauen können. Ein paar Felderchen. Felderchen, Felderchen. Ja, vielleicht kommt da mal was. Ja, das sieht gut aus. Wir öffnen uns in zwei Richtungen. Das können wir von mir anschließen. Das eine fehlt. So zum Beispiel. Hätte ich mir das vorgestellt. Oder so. Ist noch besser. Weiter weg von den Häusern. Die wir zwar eh abschließen wollen, aber naja. Genau wissen wir es ja noch nicht. Okay. Ja. Die Häuser wären zu viele. Dann bauen wir die doch da an. Wir öffnen es in zwei Richtungen. Die Stadt. Ja. Alles nice. Alles chillig. Das dürfen wir nicht machen. Wir haben gerade... Hey, ich hätte mal gerade bei der Quest. Das heißt, man könnte es natürlich auch so bauen und dann da versuchen, eine Verbindung zu schaffen zwischen den Häusern und dem Gewässer. Oder ich baue einfach mal, weil wir die Quest haben. Ja, ich baue da hier. Ja, ich baue da hier. Das ist gut. Das ist gut. Wähl da. Und dann könnte ich auf die eine Seite abhauen, die irgendwie miteinander verbinden mit dem Wasser. Oder vielleicht. I guess. Öffnet uns auf jeden Fall viele Optionen. So viel können wir mal sagen. Ein Haus noch. Ja, wo kommt das wohl hin? Na? Wo kommt das wohl hin? Ja, wo kommt das hin? Ja, wo kommt das hin? Äh, ja. Ich weiß noch nicht, wo es hin kommt. Äh, ja. Passt. Dann schließen wir mal ab. Okay, da brauchen wir auch nur noch ein Haus. Ein Häuschen. Ja, wo kommt das hin? Ja, wo kommt das hin? Ähm. Ja. Hm. Ich weiß es nicht. Das ist ein abschließendes Haus. Ja, komm. Mei. Dann klatscht man es da dran. Dann habe ich über 50 Kärtchen. Dass ich das nochmal erleben darf. Okay. Doofe Biegungen. Hm. Das passt irgendwo da rein. Geht in zwei Richtungen weiter. Ja. Oder hier. Für die Breite. Alles für die Breite. Ja. Nehmen wir nämlich das auch noch mit. Das eine fällt. Die Häuser. Zwei immerhin an der Zahl. Können wir irgendwo da rein klatschen? Jumai. Das passt gut. Gleise, die schon wieder zu viel sind. Okay, das ist nicht so schön. Aber auf der anderen Seite. Wenn ich jetzt in die Richtung baue, dann hätten wir die Möglichkeit, die miteinander zu verbinden. Also. Ich glaube, es ist auch nicht so schlecht, das irgendwie auf diese Art und Weise zu machen. Ich überlege nur in welche Richtung. Vielleicht eher in diese Richtung raus. Erstmal. Ist glaube ich okay. Ist glaube ich alles cool. Das so zu machen. Das ist der Vorteil an den Wasserbahnhöfen. Da kann man wirklich diese beiden Biome irgendwie ineinander fließen lassen. Gleise und Wasser. Und es hilft beiden weiter. Das ist in sich geschlossen. Würde also fehlschlagen. Es ist auch nur ein Feld. Das heißt, ich könnte die versuchen, nebeneinander laufen zu lassen. Und dann erst irgendwann mal zu verbinden. Ich glaube. Es ist schon ein bisschen dreist, das so knapp nebeneinander zu machen. Ich könnte es natürlich auch in die Richtung machen. Ja, komm. Komm. Wir machen es dreist. Wir machen es direkt nebeneinander. Dann haben wir mal die Quest hier erledigt. Dann können wir die Wasserfelder miteinander zusammenführen. Für die andere Quest. Priorität hat aber immer noch das andere. Also diese Quest hier. Die Plus Quest. Würde ich generell euch empfehlen. Immer der Plus Quest eine Priorität zu geben. Das ist glaube ich besser als das anders zu machen. Also der große Vorteil bei der Plus Quest. Die baut halt immer aufeinander auf. Während die andere sich eigentlich immer negiert. Eventuell. Dann bräuchte ich nur noch ein Feld. Gleise, die würden passen, glaube ich. Andererseits würde ich dann die Möglichkeit haben, mich hier in zwei Richtungen zu entwickeln. Da könnte ich das Ganze wieder irgendwie zusammenführen. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Okay. Dann lassen wir in dem Moment das lieber auf diese Art und Weise enden. Passt, glaube ich, ganz gut. Da oben haben wir noch eine Häuser-Quest. Aber die bringt drei Häuser. Bringen mich jetzt nicht so viel weiter wie zwei von denen hier. Quest abgeschlossen. Ja. Ein Haus. Machen wir einfach da hin, weil es schön ausschaut. Eine Lücke wird geschlossen. Mit den Gleisen geht es weiter. Die Plus-Quest könnte man abschließen und könnten irgendwie dann in die Richtung führen. Ich führe... Wie machen wir denn das? Bauen wir die Quest denn? Wie verbinden wir das denn? Noch nicht ganz sure, wie ich das mache. Erstmal so. Ein Feld. Das öffnet mich wieder auf zwei Möglichkeiten. Das war bitter notwendig. Dann Gleise. Die führen in diese Richtung weg. Drei Felder. Oh yeah. Aha. Oh yeah. Mhm. Das ist super. Das ist super. Das ermöglicht nämlich dann irgendwann mal die Verbindung von diesen beiden Biomen. Ja. Die ist wohl mal. Die ist wohl mal. Äh, ja. Machen wir es zu. Wald. Ja, da haben wir noch überhaupt keine Idee, wie der Wald weitergehen soll. Machen wir den mal da her. I guess. Machen wir den mal da her. Ah ja. Ja, aber hallo. Aber oh yeah. Mhm. Das machen wir zu. Bling. Und dann questen wir sie wieder über 50 Gärtchen. Ja, zwei Quäste auf einmal abgeschlossen. 60 Gärtchen. Wow, Leute. Also. Ich weiß ja nicht. Aber diesmal. Diesmal läuft es richtig gut, hm? Ich sehe gar keine Möglichkeit, wie wir das verkacken könnten. Ja, 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 ja. Hochwut kommt vor dem Fall, hm? Ähm. Zwei nicht zusammenhängende Felder. Das mag ich so ungern wie nur was. Das mag ich so ungern wie nur was. Vor allem sollte man das ja beenden und dann öffne ich mich noch mehr. Ähm. Na gut, die Verbindung wäre dann möglich in das andere Feld. Hm. 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 Wir wollen sie ja nicht verbinden. Wir wollen sie ja beenden. I guess. Wir könnten das machen. Oh Gott. Hä. Ne. Du nicht. So nicht. So nicht. Häuser. Häuserlein und Schiene. Hatte ich übersehen. Komm her, Schiene. 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 So nicht. So schon eher. Dann haben wir wieder so eine Füller-Quest. Dieses eine Stückchen. Ein dummes Gärtchen. Eieieiei. Was? Oh, das sieht aber nett aus. Oh, das ist aber nett. Das gibt aber einen schönen Abschluss. In diese Richtung. Ja, wieso denn nicht? Das ist zusammenhängend. Das heißt, ich werde das hier wahrscheinlich machen. Oh, ja. Hm. Ja. Dann führt das hier vielleicht irgendwann mal zusammen. Bei dem Arm bin ich mir noch nicht sicher. Vielleicht führt der da rein. Und bei dem Arm, der kann dann noch rausführen. Ja, das ist aber offen auf viele Seiten. Das gibt uns Optionen. Häuser in zwei Richtungen. Ah, da ist uns die Richtung aber lieber. Da müssen wir noch zu machen. In zwei Richtungen. Ja, ist okay. Machen wir. Da lassen wir noch offen natürlich. Machen wir da weiter oder machen wir hier weiter? An dem großen Feld oder an dem, was wir abschließen wollen? Ja, komm. Machen wir. Machen wir für die Quests weiter. Quest hat Priorität. Plus Quests haben Priorität vor normaler Quests. Quests haben generell Priorität vor anderen. Ein paar Felder. Kann man verwenden. Ein paar Bäumchen. Da wird es in die Richtung gehen. Das ist mir tendenziell lieber darauf so. Darauf die Option schaffen. Wasser geht auch weiter. Von mir aus darauf. Passt. Na. Musik. Danke. Da ist sie wieder. Die Musik. Schieß. Weiter mit den Häuserchen. Dann haben wir da ein bisschen Wasser. Wasserquests haben wir keine. Okay. Dann. Ganz egal wohin. Ein Horst. Ein bisschen Wald. Wirklich sehr marginal. Da waren wir dazu. Gibt es auch nochmal Punkte dafür. Schon ein bisschen mehr Wald. Quest erledigen. Ein bisschen mehr Felder. Nehmen wir auch mit in der Quest würde ich sagen. Ich bin am überlegen ob ich die abschließen soll oder nicht. Weil die hat gerade die offenbart sehr viele gute Sachen. Das ist schon zu viel. Okay. Ja gut. Dann nutzen wir halt die Häuser da. Ist auch okay. Machen wir da halt einfach weiter. Wie viel habe ich denn da als nächstes? Eins, zwei, drei. Fuck. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sind das sieben Häuser? In der nächsten Karte. Weil dann hätten wir die Quest schon abgeschlossen. Das wäre ja überhaupt super. Da sage ich ja gar nichts dagegen. Machen wir das so. Ja das ist doch super. Ja ideal. Ja hallo. Ja super. Schön. Cool. Ja das ist toll. Brauchen wir nur drei Kärtchen hinlegen und wir haben, wir würden wieder zehn Kärtchen kriegen. Kann das ganze natürlich auch noch verbinden. Aber ja ne. Man kann es auch erstmal beenden. Ja und das mache ich glaube ich auch. Ich werde hier erstmal eine natürliche Grenze schaffen. Auf die rechte Seite. Und wirklich die Kärtchen eingrenzen sodass ich dann nur noch ein Kärtchen brauche und dann entscheide ich mich. Fühle ich es weiter oder nicht. Und das ist glaube ich gar keine doofe Idee. Also manchmal habe ich so tolle Ideen. Ich habe Bugs gar nicht. Bin total begeistert von mir selber. In zwei Richtungen weiter. Zwei Felder. Die zwei Felder hätte ich nicht erreicht. Ach. Ah ok. Interessant. Das bringt allen Gebieten was. Dem einen und dem anderen da oben. Ich muss dann sehr vorsichtig sein mit dem Anlegen. Ich meine muss ich sowieso sein. Also ja. Passt. Waren wir das. Muss ich ja sowieso sein. Wasser. Die ganzen Wasser Arme. Ok. Abgeschlossenes Wasser mit 7. Wo brauche ich das? Hier wäre eine Idee. In den schönen Wald rein. Da wird sich der Wald nicht zerfreuen. Dann. Andere Option wäre hier. Mit reichlich Anschlussmöglichkeiten in alle Richtungen. Naja. Eventuell da irgendwo. Aber nein. 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 Da verbrauche ich mir zu viel. Glaube ich. Ich könnte auch von hier aus führen. Dann brauche ich nur ein gerades Anschlussstück. Aber auch dann verbrauche ich mir diese Option. Möchte es eigentlich ganz gern. So sehe ich da zum Beispiel führen. Das ermöglicht mir dann sehr viel Anschluss in diese Option, in diese Richtungen da. Ja. Passt. Häuser. Die Folge ist schon wieder zu Ende. Wahnsinn. Wahnsinn wie schnell das geht. Wie schnell so eine Folge vorbei ist. Das packt man ja gar nicht. Bring. Bring ist immer schön. Das nimmt man immer gerne noch mit. Felder. Das wäre schon zu viel. Dann machen wir das doch. Hier. 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 Eine Kombination. Aus diesen beiden. Und irgendwie sehr geil. Immer richtig. Also ja, es liegt alles sehr eng aneinander. die Möglichkeit gibt schon. Aber gerade das hier wäre schon sehr bohsi, weil dann brauche ich auf jeden Fall. Da müsste ich ja wissen, wie ich mit dem Wasser weitermache. Doof. Bisschen blöd. Bisschen doof ist das schon. Oha. Natürlich kann ich da auch rausführen. Dann hätte man. Ja, ja, ja. Kann man machen. Kann man irgendwie machen. I guess. Das zählt nicht das Wasserfeld. Ach so. Ja, okay. Hier müsste es ein Wasserfeld sein. Okay. Verstehe ich schon. Da bringt es mir halt noch weniger. Also das ist schon gar nicht so deppert. Das ist schon gar nicht so blöd. Ein Füllerfeld. Ein Wasserfeld, das wir hier miteinander vereinen können. Genau, das habe ich vorher gesehen und dachte mir, ja, so schlecht wäre das glaube ich gar nicht. Andererseits würde das hier rausführen und wir hätten die Quest gerade. Ja, wir haben die Quest gerade. Dann machen wir das. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal hier einen Cut an der Stelle. Dann sage ich euch vielen Dank, dass ihr mit dabei wart bei der Folge. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Dann nehme ich das Feld hier auch noch mit. Ja, passt. Sehen wir uns einfach beim nächsten Mal zu Dorf Romantik. Einige Queste, die wir offen haben. Und schon so einigermaßen einen groben Plan, wo wir hinfahren wollen. Hehehe. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.